Ein bisschen scheint sie abgeflaut, die gute Stimmung an den Märkten, der DAX kommt gerade runter, wir sehen es hier ordentlich, die Abwärtsbewegung, nicht in Panik, nicht vergleichbar mit dem, was wir hier vorne hatten beispielsweise, so sieht das aus, ich mache das nochmal ein bisschen größer hier, so sieht das aus, wenn der Markt doch ganz schöne Sorgen hat, hier vorne auch nochmal hier so, das sind so die Abwärtsbewegungsrichtungen, dagegen ist das schon fast vergleichbar mit dieser Bewegung, wir haben eine Abwärts, jawohl, aber ihr seht das ebenfalls, dass Gegenbewegung, sei es diese, sei es hier auf der kleineren Ebene, alle sind mit Kursüberschneidungen unterwegs, sowohl die großen als auch die kleinen untereinander, das macht Hoffnung, dass das eher einzuschätzen ist, wie das, was wir hier haben, nämlich eher korrektiv und sich zu guter Letzt das Ganze nochmal nach oben fortsetzt. Ihr seht, das Ganze ist übertragbar auf verschiedenen Zeitebenen, hier im noch kleineren ist es ebenfalls, solange das Bild nach unten eher so aussieht, würde ich mir noch nicht die Riesensorgen machen. Trotzdem, aufgepasst, es besteht natürlich auch hier die Chance, dass der Kurs weiter nach unten fällt, deshalb, wer die Rücksetzer irgendwann nicht mehr ertragen kann oder will, der sollte sich ernsthaft überlegen, ob er sagt, na gut, dann schließe ich die Position halt und habe meinen Spaß, hoffentlich dann lang genug in dieser Aufwärtsbewegung gehabt. Mit welcher Größe können wir rechnen? Dafür bietet sich an, dass man immer so ein bisschen vergleicht, wie lang waren die denn vorher? Zum Beispiel, wenn wir mal schauen, dieser Rücksetzer hier, ich glaube, das können wir mit bloßem Auge erkennen, da sind wir schon drüber hinweg, das hat sich schon erledigt. Die nächste größere Korrektur ist wohl dann entsprechend diese hier gewesen, wenn ich die hier mal anlege, die ist schon sehr weit laufend, aber würde uns noch nicht mal in den Konflikt bringen, dass wir in dieser größeren Ebene überschneiden. Das heißt, bleiben wir irgendwo in diesem Bereich mit dem Rücksetzer, sind wir, was die großen Korrekturen angeht, vorläufig überlappungsfrei, mit den kleineren sowieso, die fangen ja auch erst hier an, wobei die Größe müssen wir sicherlich nicht mit der hier vergleichen unbedingt. Das heißt, noch ist die Welt in Ordnung, allerdings gefährlich wird es zumindest mal, was heißt gefährlich, zumindest mal ein Zeichen, dass die Bullen nicht so richtig Bock mehr haben, wenn wir unter 14.240 oder dann 220 irgendwie so in dieser Richtung, wenn wir da drunter gehen, dann muss man sich ernsthaft fragen, hey, was habt denn ihr vor? Ist das noch der Plan, den wir eigentlich gemeinsam hatten, dass es nach oben geht? Also noch ist das Korrektiv kein ganz schlechtes Zeichen, noch ist die Größe vertretbar, merkt euch diese beiden Zahlen so ungefähr 220, 240, so in etwa. Da fängt das dann an, kritisch zu werden, gehen wir da durch, dann sind wir in der Überschneidung und das wiederum würde diesen gesamten Auftrieb als eine sehr korrektive Bewegung dann wieder klassifizieren und dann wäre ich der Meinung, naja, korrektiv nach oben, also doch nochmal nach unten. Also ihr seht, das Ganze ist noch nicht wie gänzlich vom Tisch, wenn ihr Sorge habt, oh Gott, oh Gott, das kann ja dann auch wirklich durchfallen, das ist ja nicht unrealistisch, naja, dann schließt halt notfalls eure Position jetzt und überlegt euch, ob ihr die Position wieder aufbaut, wenn ihr diese Zwischenhochs hier reißt, die wir da im Markt haben. Die gucken wir uns nochmal an in Amerika, denn das Bild auch beim Dow Jones ist ähnlich, wenn ich mir das hier im 5-Minuten-Chart angucke oder ich weiß gar nicht, 5 Minuten, wie sinnvoll das ist, ich gehe mal nochmal ein bisschen größer, 15 Minuten, dass wir ein bisschen mehr Daten hier noch parat haben. Noch würde ich sagen, das, was wir da oben haben, das ist ungefähr das, was wir hier haben, also insofern alles noch völlig unkritisch, bitte nicht ganz wörtlich nehmen die Zahlen, ich habe es überall etwas falsch gemessen auf ein paar Punkte, aber es geht hier um den Tenor, das heißt, solange wir so um die 32.800 beim Dow Future jetzt hier nicht maßgeblich unterschreiten, ein bisschen wäre jetzt, aber die müssen nicht exakt gleich groß sein, aber sie sollten jetzt nicht so einen Riesenunterschied haben, also wenn wir sagen, okay, wir waren jetzt hier irgendwie, dann das, dann das, dann das, dann kann er ja auch nochmal wieder steigen. Also, ich sehe durchaus eine gewisse Chance, dass wir so im Umfeld der 32.800er Marke auf eine gewisse, guck mal, da haben wir doch sogar noch eine Unterstützung, dass wir in diesem Umfeld hier auf Unterstützung stoßen, halte ich für sehr realistisch, allerdings auch für keine Garantie. Deshalb der Vorsichtige, der sollte sich überlegen, ob wir bei weiteren Tiefs eben das Ganze schließen, wer jetzt sagt, na jetzt sind wir eh schon so weit runter, dann würde ich tatsächlich sagen, setzt eure Stops unterhalb, also idealerweise so, dass es nicht mehr überschreitet, ich sage mal, die 32.700 vielleicht hier als eine gewisse Marke, die ist jetzt hier allerdings, hat nichts mit den Überschneidungen zu tun, die beziehen sich auf die Aufwärtsbewegung, aber da haben wir schon so viel Unterstützung, ich würde sagen, da sollte er dann nicht mehr so aktiv runtergehen. Und hat dann die Chance nochmal nach oben eben zu gehen für den letzten Schwung nach oben. Da sehe ich die Chancen allerdings noch, dass der Kurs noch weiter nach oben geht. Ich hatte das in dem übergeordneten Wochenendvideo ja schon genannt, wie das Bild aussieht. Also das, was wir hier sehen, hat jetzt mit Panikmodus noch nichts zu tun, sondern es ist halt, das ist beim S&P 500 nicht anders, wenn ich die Gegenbewegung angucke, so viele Kursüberschneidungen, das ist eigentlich etwas, was wir korrektiv auffassen. Dementsprechend mal ganz grob zusammengefasst, dass wir hier, zack, nächster Anstieg, Korrektur, vierte Welle sozusagen, wie weit die auch immer geht. Ihr seht, ich habe es ein bisschen offen gelassen. Kann sein, dass er jetzt heute Nachmittag schon nach oben dreht, kann auch sein, dass er noch ein bisschen runterfällt. Auch hier gilt vielleicht nochmal als interessante Marke, wie er da reagiert. Das Hoch vom 18. Mai, das war beim Dow wahrscheinlich das gleiche Datum. Das ist hier bei knapp unter 4.100. Beim Future jetzt auf dem S&P 500. Ja, viel tiefer sollte er da nicht mehr unbedingt gehen. Da haben wir, denke ich mal, eine ganz gute Unterstützung. Komm, jetzt machen wir das nochmal einmal richtig. Wir messen nochmal von diesem darunter. Dann haben wir diese Marke. Und dann messen wir nochmal den da rüber. Also ihr seht, da haben wir schon so ein bisschen etwas unter. Also 4.090 ungefähr, wenn es da einen Millimeter tiefer ist. Bitte nicht gleich in Rage geraten. Aber das ist so der Orientierungspunkt. Ich würde mich nicht wundern, wenn der Kurs sowieso noch bis dahin fällt. Ob er das mit einem kleinen Umweg nochmal tut. Dass du sagst, komm, dann machen wir mal sowas hier. Alles völlig in Ordnung. Das wäre so eine Entscheidungsmarke. So lange ist noch alles einigermaßen okay. So, also. Jetzt Bullisch gehen? Nö, wieso? Markt fällt ja gerade. In diesem Moment kann ich es nicht erkennen. Für die kurzfristigen Trader unter euch. Schaut nach, ob wir irgendwann am Nachmittag mal sowas bekommen. Und wackelig runter. So ähnlich hatten wir das hier vorne schon. So ähnlich hatten wir das hier schon. Aber in keinem Fall wackelig runter. Sondern steil. Also nicht. Zack. Auch wieder steil. Nicht wackelig. Und nicht getriggert. Ja, da könnte man sagen A, B, C. Ja, aber niemals getriggert. Also ihr seht schon. Malt euch notfalls irgendwie sowas hin. Und dann schiebt ihr das da hin. Ach nee, ist es nicht. Ja, auch nicht. Also ist es noch nicht. Wenn wir das kriegen, wenn er dann hier wackelig runterläuft, vielleicht ja schon heute Nachmittag, vielleicht auch erst dann morgen und dann diese Zwischenhochs bricht, dann haben wir gute Chancen, dass er dann sagt, komm einmal geht noch, denn häufig sind Trendbewegungen fünfwellig, überlappungsfrei. Das hätten wir ja hier in dem Fall. Wo ich dann sage, ah, das kann man da durchaus so halbwegs mitnehmen. Nasdaq ist ähnlich. Ich glaube, das müssen wir gar nicht mehr in alle Breite hier treten. Naja, was für eine Story. Aber ihr seht schon, also auch das sieht korrektiv aus mit den vielen Kursüberlappungen. Hier Kursüberschneidungen. Das ist nicht gleichermaßen trendmäßig wie das, was wir hier haben. Starke Aufwärtsbewegung, wackelig runter, würde mich für die Longseite begeistern. Im Moment würde ich eher noch warten. Allerdings, ich glaube, hier sind wir mit der Unterstützung schon gar nicht mehr so weit weg. Guckt mal, da sind wir schon. Allerdings haben wir hier, wenn wir die Symmetrie der vorderen Korrektur anbieten, noch ein bisschen Platz. Also, da wir hier kein Cluster haben von verschiedenen Marken, würde ich jetzt der einzelnen Marke nicht so sehr viel beimessen. Ihr seht, hier haben wir zwei Marken. Deshalb ist dieses Niveau relativ gut geeignet für eine Unterstützung. Ist keine Garantie, aber relativ gut geeignet, dass man sagt, Mensch, das behalten wir mal im Auge. Während hier haben wir auch hier eine Unterstützung, auch da. Aber die sind halt einzeln. Also, nicht das, was wir als Cluster bezeichnen. Und deshalb ist jede einzelne dieser Marken nicht so viel wert. Ich kann mir also vorstellen, dass er hier schon dreht. Wäre etwas zu früh von der Symmetrie. Ich kann mir vorstellen, dass er hier runterfällt. Na gut, da hat er da halt die Unterstützung nicht genutzt. Also, ein bisschen tiefer würde ich ihm hier auch noch zumuten. Der Grobtenor, wenn das hier eben wackelig ist, dass er nochmal einmal hochkommt, der bleibt allerdings erhalten. Dass das nachher locker dazu führen kann, dass es sogar weiter nach oben geht, so wie ich das hier jetzt mal andeute, das ist dann eine andere Geschichte. Das erfahrt ihr dann in den nächsten Tagen. Soweit aber mal die aktuelle Sichtweise zu den Indizes. In der Hoffnung, dass ihr gleichermaßen Spaß wie Nutzen darin findet. In diesem Sinne euch alles Gute und liebe Grüße.